Ich bin Dilara Burkhardt und ich bin deine Kandidatin für das Europäische Parlament. Ich will die Stimme einer Generation sein, die selbstverständlich in einem geeinten Europa aufgewachsen ist. Wir arbeiten, leben und lieben europäisch. Aber gerade wird klar, dass all das nicht selbstverständlich ist. Unser Europa wird von rechts bedroht. Es wird Zeit, dass wir uns wehren. Es reicht aber nicht, Fähnchen zu schwenken und einfach irgendwie für Europa zu sein. Aktuell läuft in der EU einiges falsch. Ich will das ändern. Ich will, dass unsere Generation eine neue europäische Vision aufbaut. Ich will ein Europa, das die Freiheit schützt. Im Internet und überall sonst. Ein Europa, das auf seine junge Generation hört und richtig beim Klimawandel anpackt. Ein Europa, das es nicht länger hinnimmt, das Menschen im Mittelmeer ertrinken und dafür eine große Seenotrettungsaktion startet. Ein Europa, in dem für die Allgemeinheit gewirtschaftet wird und Großkonzerne ihre Gewinne nicht in irgendwelchen Steueroasen packen können. Ein Europa, das Frieden und Demokratie statt Waffen in die Welt exportiert. Wenn du das auch willst, dann wähle am 26. Mai die SPD und schicke mich ins Europäische Parlament.